Musik Na ja, diese vier Minister haben sich eier der Stoffel taub gefungen. Der Schramm-Signorie Aprodeos und Pfalzleider oben der Chani-Jet fungen sie bald üt, dass sie eine Musik ihres Wort gemeinsam haben. Und so wurde sie eingeladen in verschiedenen Städten im Sinne. Und musste dann mit der Tiet auch immer wahr, was nie geteilt habe. Hier stahl wie jüngte einzelne Mulfär. 1. Elvira Hoda Bei der Hoda fängt alles mit der Maltkau an. Ob zwar wie Elvira die Musik alles Kind eine große Rolle spielt. Irgendwannia wird in Kanada Musik studiert, in der Maltkau wohl auch nicht immer taulote. So haben nun eine ganze Reihe Schiele und am Jain von der Anlage dort verreicht, wie er Musik in Gesang zu lehren. 2. Mändeküren dreht sei Butadem. Und hat nebst ihre Hausfrühe Arbeit noch viel mit, den neue Leiter von Pfiff Minister Trash zu machen und zu üben. 2. Leifi Fortsch Leifi ist der Schmuckstern in unserer Gruppe. Wenn die Leife, dass er hier Hache beschnitt, dann täuscht sie. Er sieht gerade seinen Kutter. Überbühtadeem schandt er sich mit dem Computer so gut aus, dass er die ganze Priesterpolitik von der Kooperativ regelt. Dort, was er hier oben am liebsten macht, ist mit dem Schiffe einfach spazieren. Dann teilt die ganze Tour und die ganze Mal. Er spielt einfach alles und dort soll er gehen. 3. Irtmann Fortsch Irtmann ist leifi sein älterer Bruder und scheint sein nur der Ordnung. Musikalisch sind die Fortsch alle, aber Irtmann spielt bei seiner Harfe in der Tour keine falsche Säde. Und so jäuft er auch den Unrecht und dort nicht bloß Männer, sondern auch in Färdenheim. Irtmann hat aber noch eine Gruppe und dort ist Haltorbeid, in der mit speziellen Töner. Dann sagt er sein Hort so richtig an. 4. Obram Böja Obram singt von Horte all von Töntet. Dort singt er die Hirte an, als Onze zu Max. Er hat bittet ihm den Gubb aller weins Leben anzubringen. Dort lewe jeweins versäht er auch für andere der Sozialdienste in Salzburg zu erleichtern. Er nimmt seine Abgobe sehr ernst. Seine Zäbos tschane am Ose ihre eigene Beizefopp. Der loote sich von am Streitle, dort man Töte nädelsch vorakönnen. 5. Herr Rotzlob Ja, mit diesem ist es so aus, einer mal sehen. Dort ist so aus ein Schruweschlädel. Der passt alle wehend, aber nur nicht richtig. Der Fahrzeug hat er abgebüht, dass er davon leben kann. Und von einem Amtag, er sollt. Irgendwann hat Säuna dann alle Hunde ihre Bütze im Kopf und er verwandelt sich manchmal in Leider. Der Schleider mag er die Liedgeschichte vertellen, und er entstehen dann voran, sei er überraschend. Er mag er dann rüttelaten, so er sagt. Der Schleider Der Schleider Der Schleider